Ah, endlich. Jetzt müsste es wieder gehen. Hab noch irgendwann eine andere Festplatte gefolgt mit 15 GB Platz. Oh, die Klappe. 15 GB? Ja. Das ist relativ wenig. Ich weiß, die ist aber auch mehr oder weniger voll. Aber besser als 200 MB. Vor allem wenn er bei 250 MB Schluss macht. Automatisch. Warte, was handtet hier ist? Ne, bei mir hieß es auch User Joint Your Channel. Komisch. Ah, der Hanf. Ne, ich war das. Wichser find, der mein Gerät verpackt hat. Ja, ich war gar nicht dran. Ich hab mir vorhin nur eingebildet, dass du da dran bist. Aber egal, hab ich Aufnahmen noch davon, wie die Diamanten drin waren. Also, ich geh dann nachher Support, geb mir die Hefte der Tour und wir haben jetzt noch eine komplette Tour. Geht sich zeitlich ja zum Glück noch aus. Das einzig Blöde ist halt, wenn ich dir jetzt noch weiterhelfe, dann werde ich nie und nimmer noch eine zweite Tour mit dem Jet durchkriegen. Ähm, und dann ist eine halbe Stunde im Nichts, mit der man nicht nur viel machen kann. Ähm, die Frage ist, was macht man da jetzt am besten? Ja gut, theoretisch könntest du dann eine Tour mit der Blackfish machen und ich helf dir dann noch beim Vollhaben. Wie, was ist denn hier los? Scheiße, ist mein Gerät explodiert? Oh. War das passiert? Nein. Dein Hammett Fuel. Ach, scheiße, mein Hammett Fuel war da dabei? Ja. Guck mal, dass du den Jet jetzt durchkriegst, Bruder, du brauchst das Geld. Er bekommt nen Jet durch, von mir aus kann man dann ne Tour mit der Blackfish machen, wo ich dir noch helf. Oh, wieder geldgierig und ne Ende. Ja, so ne, das Ding ist halt, Blackfish kostet halt 400k zum Ausparken. Wie viele? Das sind 40% der gesamten Tour, wenn man mit der Blackfish nur eine macht, sind Ausparkkosten. Das ist halt auch dezent behindert. Ähm, ich selbe mich einfach nur Vollmachen während jetzt. Ja, die kann ich aber dann nicht erstatten für einmal nur, ne?